Was zählt eigentlich im Leben? Was ist das Beste im Leben? Wenn du tust, was du liebst, machst du vieles richtig. Kim Jain hat alles erreicht, was man im Klettern erreichen kann. Sie wurde Weltmeisterin und hat im Laufe ihrer Karriere mehrere Goldmedaillen gewonnen. Dabei haben ihre Brüder gesagt, lass es lieber, du wirst nie richtig gut sein. Aber Jain kletterte trotzdem. Ballerina on the Rocks, das ist Kim Jains Spitzname. Aber man nennt sie auch starkes Herz, eiserne Dame oder kleiner Riese. Oft wird sie gefragt, woher nimmst du all diese Kraft? Woher nimmst du die Kraft, dich so zu konzentrieren? Dabei hat Jain bei jedem Aufstieg Angst zu fallen. Das Beste in Jains Leben ist, die Angst in Energie zu verwandeln und bei jedem Griff Spaß zu haben. Das Beste in Jain hat es gut. Das Beste ist sehr, sehr sehr gut. Was ist das Beste in deinem Leben? Was ist das Beste in deinem Leben?